ja also ja ich kann fahre kannst du auch zu er hat da fängt schon mal an willkommen bei let's fail von hd gaming als null und diesmal ist auch hd gaming conny dabei wir spielen trackmania und auf einem stun server ich kann es noch mal zeigen wer noch so alles gerade mit fällt schwarz das war gerade eh falsch also da könnt ihr sehen da oben stehe ich oben rechts ich war in derzeit ein bisschen inaktiv deswegen bin ich da jetzt auch nicht wirklich aufgeschrieben und also habe keinen wirklich guten rang letztlich sind stattdessen wieder ein bisschen vorne das kann ich tausend ist auch schon was können viel neidisch sein ja und viel spaß jetzt beim zugucken Conny ja das funktioniert jetzt hier nicht können Sie jetzt sagen wir mal was wie bitte ah sehr schön ähm wie soll ich jetzt den Anfang machen wenn ich da jetzt äh pf gemacht habe ne ja bis wohin muss ich das machen warte mal kurz bis ich auffällig gefahren bin wenn er da diese portapipe mit dem fein hat soll ich das schon lenken also nach dem cp ja aber rechts daneben ist so ein ziel ist ja 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 wir denken okay ab da frei ganz gut ja direkt mal so eine stun scheiße die ich hier mache also wenn du von links kommst nach rechts in die quadruppe fährst und dann nach rechts ja praktisch dich trägst ok wenn du dich nach links trägst also dann ist es ein alley-oop ach man guck mal meinen punkte an 1227 1337 wäre geiler schade auch ey schade auch ey schade korksgrippe schade korksgrippe nein crew ich weiß schon mehr und jetzt mein Lieblingstrick rohling man nennts auch unfall machen nur noobs danke auch mja manchen profis passiert manchmal wenn sie nicht so viel glück haben das klingt ja mit glück zu tun sonst ist man ja kein profi deswegen war ja gerade widerspruch da ja warte ich fand ihn gut super aber ich bin ich bin ich bin ich bin Du machst den am Anfang schon mal bei der PF Time Penalty 3 Beim PF machst du den schon? Ich glaub Ja direkt am Anfang beim ersten Sprung sogar Sieht zumindest so aus wie einer Ja Spinning Chaos Dabei sieht der irgendwie voll kompliziert aus Ist ja auch kompliziert aber Es gibt weniger Punkte desto öfter je du ihn machst Echt? Jaaaa War schon immer so Wusste ich gar nicht, Entschuldigung ich stand hier eben nicht den ganzen Tag Guck mal da vorne fährt ein Conny Ui ich müsste mal landen Jetzt gehts weiter Hast du immer noch Video? Ja ich nehm immer noch auf Kannst ja mal die Fangemeinde grüßen Ja liebe Fangemeinde Hier ist Conny Der reiste hier im Clan Also vom Kopf aus her und Weil wir die ganze Koppa sind in den Arsch Kommt einfach mal Ja genau ich grüßen hier so Also ohne hier anzugeben Einfach wollte ich nochmal alles hier betonen Also ich bin einfach der Reiste hier im Clan Ja ok ich grüße dann auch mal meine Mama Mein Papa meine Verwandten Und Noch irgendjemand der dir einfällt Jetzt hier grad so ganz undirekt Oh Daku wie gehts denn so? Sag mal was Nettes Der redet gar nicht mit uns ne? Ist der überhaupt in der Confi Ne in der Confi ist der nicht aber der ist bei Skype online Soll ich den gleich auch mal dazu laden? Mir egal ich bin eh gleich raus Ja ich weiß wer gleich auf muss Ja ok dann das war jetzt ein Rennen Dann höre ich jetzt mal auf mit dem aufnehmen Weil ansonsten dauert das zu lange mit meinem Internet das hochzuladen Und ich würde das gerne noch vom Ja vielen Dank Dann Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Ja es war total lustig ne? Ich bin jetzt offline anzeigen bei Skype Egal Dann tschüss Zölle Boah 400 Punkte alter wie geil Ciao